Ja, bist du ein Gustav drin? Ja, ich zeig dir gleich mal meinen Gustav Aha, okay Der wird in der Community gefallen Oh, ja So, Angriff Jo, Leute! Oh, scheiße, ich bin in einem Panzer drin Oh, okay Oh Gott! Angriff! Matti, ich hab Angst Wo bist du? Ach, da bist du! Ich seh dich, warte ich komme Ich bin überall! Und nirgendwo Okay, okay, warte ich komme Oh, Angriff! Oha, ich hab ein Panzer, was zerstört Nur weil ich alles draufgebracht hatte, was ich hab Oh Gott, Moment Okay, warte Angriff! Au, au, au Die Musik ist so laut, ne? Oh mein Gott Warte, ich greife jetzt hier an gerade Angriff, in das Haus rein, in das Haus rein Die Musik ist wirklich so richtig Pfff In mein Ohr gerade Ist hier was los? Ach du Kacke, da ist richtig was los, Alter Ach Quatsch, da ist ja nichts Warte, ich nehme mir hier Der Teil hier Und jetzt Ja, ne, bringt nichts Ich bin im falschen Winkel Warte, weil es stirbt hier ja alles, Mann Ja, Mann Ich kann auch richtig Panzer und alles, Alter Die riech ich ab hier Schnell aus dem Haus raus Oh, kacke, Alter Ich komme hier raus Oh Gott, alles explodiert, Matthias Ich merke schon, ich merke schon Angriff Oh Los Reiner Reiner So Oh, Alter Wir greifen so heftig an, Alter Holy shit Angriff Ich komme hier mit einem Panzer, Alter Du wirst eigentlich demonetarisiert, wenn ich ein Schwimmwort sage Hm, weiß ich nicht Wie YouTube da reagiert Ich denke mal nicht direkt, aber Ich möchte bitte, dass du keins nennst Oh, kacke, okay Da ist wer Aussage Aussage nichts Du darfst nichts sagen Du hast keine Rechte Darf ich wenigstens so leichte Sachen? Was ist denn für Ja, äh Nein Normal Normaler Mensch, bitte Ich bin ja normal Ja, okay, dann Dann ist es okay So Okay, ich komme jetzt mal zu dir, ja Ich helfe dir ein bisschen Ich helfe dir ein bisschen Oh, okay So ist die Hoden, darf ich das sagen? Weil das ist ja ein wissenschaftliches Ja, sag einfach irgendwas Egal, komm, das spielen Wir müssen uns aber das Spiel konzentrieren Nicht auf irgendwelche Hoden So, Opfert Au, au, au Bist du Medic? Ah, nö Ich spiele nie Medic Wo bist du? Bin hier oben Was machst du da oben, Alter? Ja, ich habe nicht gesehen, ne Es gibt einen Eingang Sterbt Ihr Franz Hacken So Ich bin jetzt hier Oh, mit 15 Leuten hier Also in einem Tunnel Ja, das geht nicht gut Jetzt machen wir hier einen Angriff Angriff Aber ich habe mir gerade meine Finger eingecremt, ne Weil die sind so trocken Und jetzt flutsche ich über meine Tastatur Du flutscht einfach über deine Tastatur Perfekt Wie etwas anderes Aber das darf ich ja nicht sagen Weil das was du deponiert hast Jetzt denkst du keinen YouTube Money Ja, ja, Mann Okay, jetzt Oh, hat mich voll bekommen Oh, hat mich voll bekommen Oh, hat mich voll bekommen Oh, ja I see Ich komme mal Ich komme mal zu dir Oh, 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 oh Das sieht nicht gut für dich aus Alter, wir pushen gerade sowas von F, Alter Ich mache einfach mal mit Wir haben D verloren Nur wegen dir Ja, Mann Nur wegen mir wieder So Weil du misachtest Schon wieder YouTube Community Guidelines Oh, ja Oh, Gott Aua Hey 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 Oua did Yeah, Mann leider kommt das nicht so weit ich bin nicht mehr im kampfgebiet upsie upsie wieder rein ins kampfgebiet ok der panzer ist lau ich sehe dich es regnet da wird aber mein schlüpfer ganz feucht ist ja was los ist ja oh mein gott hat er mich erschrocken ist ja unten wer kommt runter runter oder ich glaube es ist der erste bahnhof wo man keine kiffer am boden liegen perfekt ist alles so leer das macht mir angst ja wo sind jeden ich glaube ich sind alle bei b und an allen anderen positionen oh ja hier bei mir bei mir da oben oben in dem gebäude drin irgendwo sehen aber nicht weil der über rauch ist hier ist alles in dichten nebel gehüllt boah alter ich erkenne hier okay langsam hoch langsam und sicher ich bin einfach wieder runter gefallen perfekt lassen wir einfach so stehen okay ich sehe wirklich gar kein wo sind die denn alle bitteschön oder oben ist ein flugzeug ich versuche das abzukämpfen ah nee der winkel der waffe funktioniert leider nicht auf der höhe des flugzeugs okay kommst du mit mir okay du bist nicht bei mir warte mal da bist du aufstellen ja ich komme zu dir hey man finde ich hier echt keine leute okay wo doch da hinten ist wer leute ich glaube da hinten ist irgendwo wer leute markiert mal gegner wir sehen gerade glaube ich alle okay die haben a wieder okay a und c nehmen sie ein ccc da unten ich habe keinen einzigen schaden gemacht ja okay da ist ein panzer bei mir ich komme nicht weg okay ich komme zu dir ich komme zu dir so hier geht noch was geht denn hier wieder ab oder habe meinen ersten kill in der runde alter weich lust haltet mich ach so ein anderer hat mich abgesnipet habe schon gefragt alter okay ich komme wieder zu dir ich helfe dir in dem anderen haus massig viele Leute okay ich kommst du dir ich mich die alle töten würden würden komm jetzt bei dir und ist vorne ach du kacke ich habe denen ein bisschen schaden gemacht du kacke aua 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 oh man was geht mir hier bitteschön ab oder ich nicht noch nicht und rennen 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 muss rennen der rennt an mir vorbei ich bin gerade noch geflüchtet zurück gerade noch flüchten so gerade jetzt gehe ich zur position zurück hallo ich bin bei dir ja ich glaube wir sollten weil die position ist nur so semi gut gerade ja ich bin bei dir an der position okay sind da jetzt irgendwo auf der anderen seite richtig viele oh ich habe eine idee hat mal aber ich kann nur im liegen das machen schade kann diese abfahrt passen die reichen die so weit ich glaube die reichen nicht so weit diese granaten ich mache die ganze zeit nur granate ich mache die ganze zeit nur mithilfe ich bin hier gerade auch mit einem der helfe Matthias wurde vom panzer richtig niedergesmashed ein plane ok ich muss mal weg schnell ich komme als zurück weg 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 ok ich habe keinen schaden genommen aber so ist glaube ich gleich ändern wahrscheinlich schon ja so nimmst zu viel schaden du bist unter beschuss wenn du jetzt ein bisschen jetzt geht's wieder wieder bei dir ja ich sag ja ist nicht so knusprig wir lassen auch von der seite ein bisschen versuchen die zu abzuäumen auch nicht gut auch nicht gut und jetzt kommt noch ein feindlicher panzer zu toll jetzt wäre es schon nicht gerade schwer genau das muss klappen jetzt mindestens haben wir die okay was versuchst du am er so ok wenn ich worshiper was ich muss versuchen natürlich ich weiß jetzt wo die sind okay aua 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 Artillerie wagen hat mich einfach getötet wir soll ich noch mal zu dem oben ich weiß nicht dass die ich glaube die position wo du dich gerade befindest ist richtig kacke ja das ist es ich glaube ich die mal zu e und dann pushen wir ehrlich sagen weil f ist der einzige punkt der uns jetzt noch fehlt und wahrscheinlich werden da auch die leute chillen einfach weil da an der position kannst du glaube ich nicht viel reißen da wirst du ganz einfach ein ob geämpft wie so ein irrer das bringt also nicht über zu sein hört sich richtig schlimm an weil du musst die ganze zeit konstant reden ja aber ich sag mal irgendwann mal läuft es so wenn du in dem modus bist dann funktioniert das das schlimme ist wenn du ankert videos machst du musst die ganze zeit flüssig reden können und das ist eine sache die man erstmal lernen muss baby den habe ich aber abgeamt also den habe ich jetzt aber knusprig lecker abbekommen ich glaube in dem haus ist jemand und hier auch noch mal eine rein man weiß ja nie absicherung der wird hier gerade richtig bombardiert wir werden hier gerade richtig bombardiert nicht nur du ja in die in diesen ganz kleinen gassen zwischen häusern ist immer richtig immer granaten ich war gerade selber mittendrin jetzt bin ich schon wieder mit den habe ich gut abgeamt den habe ich sogar getötet perfekt ohne granate noch werfen weil ich hier braucht jeder munition ja jetzt nicht mehr warum man schade 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 oh gott schade okay ja aber die position ist besser man kann wenn man auf e spawns auf jeden fall mehr kills machen soll man auf kills geht dann ist die position da eigentlich recht chillig und wir haben ja alle e wird wieder genommen aber ich glaube wir erobern wieder schade schade ich glaube den typ habe ich gerade schon getötet er war glaube ich gerade auf k-arbeiter jetzt spielt er wieder wenn ich irgendwo sporn und da ist kein einziger typ weil es gibt mir so das gefühl als ob der hier überall gegner um wo jetzt bin ich bei dir jetzt können wir zusammen wieder rumlaufen und lass mal dem typ nennen helfen ich glaube der braucht ein bisschen unterstützung würde ich sagen oh ja 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 okay ein hab ich getötet oder konnten panzer panzer von der rechten seite zwei panzer raus aus diesem gang da ist ein scheiß panzer drin warum belebt er mich wieder wenn ich direkt unter dem panzer liege oh man dieser panzer hier ist ein hilfskit das brauche ich und wie ich das brauche ach du kacke was geht denn hier gerade ab ja so knuspelig sieht das ja nicht aus ich geh mal wieder weg ne ja aua 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 alter man kommt hier man kommt zu nichts hier oh gott ich muss abhauen ich muss abhauen ich renne jetzt aber weg alter holy shit das war jetzt ein bisschen zu intens ein getroffen perfekt perfekt den hab ich getötet den hab ich auch getötet oh man kam da viele auer wäre ich auf meiner position geblieben könnte das wirklich ein play gewesen sein aber ich bin rausgegangen oh gott ja 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 oh man ah du lebst sogar noch ah jetzt nicht mehr okay schade oh der train kommt jetzt kommt der panzerzug und der wird uns jetzt auch nochmal richtig oh oh ich bin bei dir okay ich glaube die position ist auch kacke ich glaube hier kommt gleich der panzer durch wahrscheinlich oh ja und der panzer kommt hier durch gleich der panzer ja das tut er ich bin abgehauen oh mein gott ich konnte nicht mehr flüchten der war in mir drin er hat mich direkt genommen aber ich konnte hier noch mit zwei abwehr tankdingspumpster werfen so und ich würde sagen ich spaw mich wieder zu dir da kommt einer vom weg ich sehe nix das feuer ist zu groß na ich sehe auch nichts ja das bringt nichts lassen wir versuchen außenrum oder so richtung den gegnern zu kommen okay ich finde mich wieder in einer besseren lage im momentan besser ich bin in einem gebäude drin hab gute sicht auf die flagge bin hier mit einem medic das heißt kann nichts schlimmes passieren hoffe ich mal nein schade 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 fast mit dem barrett richtig einfach richtig genommen alter es wäre zu gut gewesen würde das funktionieren schade schade ok aber alter kommen wie gut wir unsere punkte halten wir haben die doppelte anzahl an punkten ich bin mir nicht sicher ob du da rausrennen solltest ich weiß nicht ich hab deinen gegnern gesehen ich bin gerade ein bisschen geil auf punkte muss ich ehrlich zugeben ich auch und das hat mir mein leben gekostet das ist natürlich den habe ich aber jetzt aber hast du den ja das habe ich getan ich habe den namen davon vergessen bayonet bayonet ja ja ich habe ihn ich habe ihn ein bisschen ja ne ich kann nicht zwei getrennt ich schon manchmal schaffe ich das wirklich an meiner waffe ist kein bayonet so so einfach mal eine granate werfen mal schauen ja da kommt eine oh mein gott der war einfach im gebäude drin perfekt ich hab dir geholfen das hat keinen schaden gemacht so boah wie können wir so schlecht sein so ich bin ja komplett weit unten und ich habe irgendwie keine ahnung wahrscheinlich muss ich mehr irgendwie auf punkte gehen äh unsere flagge wird ingenümen ich gucke dass das nicht funktioniert äh das darf doch nicht passieren hier oh gott wir werden geambusht und wie was alter oh gott verdammt 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 oh bleibt noch ein bisschen er bleibt noch ein bisschen erhalten oh noch ein bisschen noch ein bisschen du bist noch immer noch unter beschuss bei mir jetzt kann ich die wieder join oh 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 okay wir haben aber gewonnen wir halten eh ja 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 hier kommt aber gleich irgendwo her irgendwie so ein panzer oder so kommt hier gleich oh gott da kommen welche aus dem gebäude oh 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 dankeschön oh mein gott das ist teilweise richtig schlimm ne ich habe kein wasser mehr ich habe nur noch zwei bier oh 15.000 punkte sogar chillig alter ich bin 26. platz ich habe 9 kills gemacht ist ok ist ok a la caesar war das beste team hm ok chillig Leute wir haben jetzt hier eine runde gespielt wahrscheinlich wird die zweite runde wahrscheinlich auch noch aufgenommen das seht ihr dann aber wahrscheinlich irgendwann mal anders wahrscheinlich so nebenbei ok äh Leute habt noch einen schönen Tag roter reinschau ey ich will auch noch was sagen ja dann sag bitte hier ich gebe dir jetzt 10 Sekunden ich darf niemals was sagen ich lass mich scheiden ok ok Leute äh 9 8 ja ok äh äh lasst den Rüpffinger von eurem Pippimann weg sonst kommt sonst kommt sonst kommt hier äh der Weihnachtsmann nicht und 0 jauh Leute habt noch einen schönen Tag schlaft auf jeden Fall nicht gut habt einen schönen Tag ciao während er gar nicht bleibt blom 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 bl blマ bl 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 fr bl 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 Bis zum nächsten Mal.